Du hast alte Endgeräte und weißt nicht, wohin damit? Spende sie doch labdo.org. Damit hilfst du, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Denn wir bringen Millionen ausrangierte Endgeräte dorthin, wo Wissen am meisten gebraucht wird. Dabei löscht Labdo alle vertraulichen Daten und spielt kindgerechte Lernprogramme in Landessprache auf. Dann bringen ehrenamtliche Flug- und Transportparten deine IT-Spende CO2-neutral zu Kindern, Schulen, Waisenhäusern und Flüchtlingsprojekten. Du hast sogar die Möglichkeit, online mitzuverfolgen, wo und wie deine elektronischen Spenden ankommen. Kinder, Jugendliche und Flüchtlinge lernen jetzt mithilfe deines Computers, eignen sich IT-Kenntnisse an und bilden sich weiter. Falls ein Rechner doch mal seinen Geist aufgibt, wird er kostenlos getauscht und zum Recycling zurückgeholt. Labdo – Zusammen können wir helfen.